Hallo, wir zeigen euch heute wie ihr mit einem solchen OTG Kabel ein Speichermedium wie zum Beispiel einen USB Stick an eurem Fire TV Cube nutzen könnt. Der Cube verfügt zwar mit 16 GB bereits über doppelt so viel Speicherplatz wie seine Vorgänger, trotzdem habt ihr jetzt endlich eine einfache Möglichkeit den Speicher eures Fire TVs zu erweitern. Ihr könnt den Stick entweder zum Erweitern des integrierten Speichers nutzen und so Apps darauf auslagern, allerdings könnt ihr ihn dann nur exklusiv an eurem Fire TV Cube nutzen. Alternativ könnt ihr ihn auch als externen Speicher formatieren, um beispielsweise Videos und Bilder darauf abzulegen. Falls ihr Fragen haben solltet, schaut bitte in der ausführlichen Anleitung auf unserem Blog vorbei. Als erstes müsst ihr den Stick per OTG Kabel mit eurem Fire TV Cube verbinden. Vergewissert euch, dass der Stick keine wichtigen Daten enthält, da diese beim Formatieren vollständig gelöscht werden. Direkt nach dem Anschließen des Sticks erscheint ein Pop-up Fenster. Dort könnt ihr auswählen, ob ihr den Stick als Gerätespeicher, also als internen Speicher für Apps nutzen wollt, oder ihn als externen Speicher formatieren wollt. Je nach Größe des Sticks kann dies nun etwas dauern. Nutzt doch die Gelegenheit und abonniert uns auf YouTube. In den Einstellungen unter meinfire.tv seht ihr nun unter Info, Speicher den zusätzlich verfügbaren Speicherplatz. Ab jetzt werden auch schon alle neu installierten Apps direkt auf dem USB-Speicher installiert. Als Beispiel installieren wir nun Audible. Nach der Installation bekommt ihr unter Einstellungen, Apps, Alle installierten Apps verwalten, hinter der jeweiligen App ein kleines USB-Symbol angezeigt, welches euch verdeutlicht, dass diese App auf dem USB-Medium installiert wurde. Alternativ könnt ihr auch unter meinfire.tv USB-Speicher auf installierte Apps verwalten klicken und bekommt nur die auf dem USB-Speicher installierten Apps angezeigt. Ihr könnt natürlich auch vorhandene Apps auf den USB-Speicher verschieben, geht dazu in die Einstellungen auf Apps, installierte Apps verwalten und wählt die gewünschte App aus. Dort klickt ihr dann auf den Eintrag in USB-Speicher verschieben. Das Ganze funktioniert natürlich auch in die andere Richtung und ihr könnt Apps vom USB-Speicher wieder zurück auf den Fire TV Cube verschieben. Wenn ihr den Stick entfernen möchtet, solltet ihr vorher in den Einstellungen unter meinfire.tv USB-Laufwerk den Eintrag USB-Laufwerk auswerfen auswählen. Denkt aber daran, ein als interner Speicher eingerichteter Stick kann nur an diesem Fire TV verwendet werden. Nach dem Auswerfen sind die ausgelagerten Apps nicht mehr verfügbar. Wollt ihr die Apps wieder nutzen, müsst ihr den USB-Stick wieder anschließen. Möchtet ihr den Stick zum Auslagern von Videos, Bildern oder sonstigen Dateien nutzen, könnt ihr ihn als externen Speicher formatieren. Wählt dazu einfach nach dem Anschließen den Punkt externer Speicher aus oder geht nachträglich in die Einstellungen unter meinfire.tv USB-Laufwerk und wählt dort den Punkt zum externen Speicher formatieren aus. An dieser Stelle könnt ihr ihn später auch wieder als internen Speicher formatieren. Denkt aber daran, dass bei jedem Formatieren alle Daten des Sticks gelöscht werden. Übrigens, wenn ihr einen zum externen Speicher formatierten Stick einsteckt, erscheint die Meldung, dass dieser nicht für Apps verwendet werden kann. Drückt ihr dann die Optionen-Taste auf der Fire TV Fernbedienung und wählt anschließend Formatieren aus, wird dieser Speicher zum internen Speicher formatiert. Lasst uns bitte einen Kommentar da, ob es bei euch funktioniert hat oder stellt uns Fragen, wenn ihr Probleme hattet. Bis dahin, viel Spaß damit und abonniert uns bitte auf YouTube. Ciao! Ciao!